Hallo allerseits und willkommen zu einem kurzen Ausflug in die wundersame Welt des Islam-Apologeten Anas Islam. Der war ja mal bei ImanTV und ist mir da sehr negativ aufgefallen. Er hat ja dann in seinen Videos unten drunter immer geschrieben, hier ist die Einladung auf Discord, bitte kommt dahin und ihr könnt da alle mitmachen, ihr könnt alle reden. Nur wenn man das dann gemacht hat, dann ist man direkt wieder rausgeflogen, sobald man etwas Kritisches fragt. Und der Knaller war ja, dass ich dann gesagt habe, okay, lass uns doch einfach mal so zusammensetzen, ohne irgendwie zu debattieren und da sollte ich dann für ein Gespräch 30 Euro zahlen. Ja gut, dann hat er gesagt in einem Stream, er hat sich bitterlich beschwert, wo sind denn die Atheisten und sobald die einen Stream haben, bin ich sofort drin. Und da ist ja hier dieser kleine Rap entstanden. Oh, ich verstehe, ich sage jeden Stream wieder, wieso gibt es keinen Atheismus-Stream? Ich bin direkt drin oder? Ich bin direkt drin, wieso gibt es keinen Atheismus-Stream? Und das Video ist auch noch online, sodass man wirklich sehen kann, dass er das tatsächlich so gesagt hat. Na gut, jetzt ist er raus bei Iman TV und jetzt habe ich gedacht, okay, er macht jetzt sein eigenes Ding, wunderbar, jetzt gucken wir doch mal, wie offen und ehrlich er wirklich ist, weil er sagt ja mal, ich bin so offen und ehrlich. Dann bin ich heute mal in seinen Stream rein, das war jetzt ein Reaction-Stream auf irgendwelche TikTok-Videos und da hat er dann einfach eine Behauptung aufgestellt, weil eine Frage aus dem Chat kam, wie ist das mit den Koraniten oder Koranismen? Und er hat dann gesagt, naja, ohne die Hadith, also ohne die Sunnah, wüssten wir ja gar nicht, wie man betet, wie man fastet, wie man die ganze Pilgerreise unternimmt. Und dann habe ich, weil ich vorher einfach nur ganz global Hallo gesagt habe und das ging auch durch, da war ich also nicht blockiert. Dann habe ich aber gewagt, eine Frage zu stellen, weil er sagte, ohne die Sunnah wüssten wir nicht, wie wir das machen. Das heißt, es steht nicht im Koran, also nur mit dem Koran selber kommt man im Islam nicht weiter. Also habe ich gefragt, also ist der Koran unvollständig. Und hier ist der Kommentar, wie ich ihn gestellt habe. Und dann gucke ich mit einem anderen Account drauf und sehe, dieser Kommentar ist nicht vorhanden. Das heißt also, ich habe gerade mal einen Kommentar losgelassen, der harmlos war, der blieb drin. Danach bin ich dann aber blockiert worden, weil der zweite, also die zweite Frage, ist der Koran denn unvollständig? Die wurde dann schon blockiert. Und dann habe ich dann mit dem wahre Religion von früher, das hatte ich früher mal gemacht, als es noch die ganzen Lease-Projekte gab. Das ist also von damals noch übrig geblieben. Und da gab es eben die wahre Religion. Und da habe ich dann als Gegensatz einen Kanal gemacht, der bewusst falsch geschrieben war, damit der wirklich auffällt, dass das nicht derselbe Kanal ist von wahrer Religion, habe ich den halt aufgemacht. Den habe ich jetzt benutzt, weil ja alle anderen blockiert sind. Und siehe da, der kam dann durch. Und da hieß es dann, als ich dann mich beschwert habe, dass meine Kommentare blockiert sind, nein, die sind ja, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Die haben immer so diese, diese Phobie oder Phobie, sorry, die Phobie. Und wenn man sagt, die Schmuddelfilme sind verboten, aber bestimmte Ausschnitte sind erlaubt. Eine Frage und schon blockiert, so offen ist anders. Die wahre Religion. Ich weiß nicht, all diese Leute haben immer voll die Halluzination. Buddy, du bist nicht geblockt, jeder sieht deinen Kommentar. Ich weiß nicht, irgendwie die meisten Menschen, die so von dieser Schiene sind, sind immer voll, ich weiß nicht, die haben so Halluzinationen. Also das ist natürlich ein Trollchannel, er heißt nicht die wahre, also von Wahrheit mit H, sondern ohne H. Auf jeden Fall. Hier ist es ganz klar zu sehen. Hier ist der Kommentar und hier ist er weg. Da kann man ja nicht sich irgendwie sich was einbilden, sondern es ist halt so. Also jeder, der das sieht, weiß, das, was Anas sagt, stimmt nicht. Er hat unheimliche Angst vor jeglicher Kritik. Er hat Angst vor jedem, der sich im Islam auskennt und deswegen läuft er ständig weg und hat nur eins zur Verfügung, nämlich Zensur. Und das wollte ich nur mal kurz zeigen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.